oder geht's mit prinz of persia sense of time so sind ich habe schon vergessen wir müssen da weiter wir sind immer noch auf dem weg zu den bädern obwohl wir eigentlich schon bei den bädern waren frage ich mich warum ich jetzt schon wieder hin sollen um was ach so ach du scheiße nein und das hier sind art gärten oder was soll das darstellen Ah! Shit! Ollo, wirst du? Bleibt auf, ich komme zurück! Ich brauche mehr Fläche! 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 Erzähl der Gute! So, wir wollen uns aber wieder gut hier mit den Gegnern So, wir wollen uns aber wieder gut hier mit den Gegnern Nein! Ich wollte Verteidigung machen. Nein! Puh! Natürlich, morgen erst mal wieder was trinken. Farah? Bist du weg? Ich glaube, sie war hier drin, oder? Farah! Hallo! Okay, sie ist noch am Leben. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So, wir können also durch die Vorhänge, habe ich gerade gesehen. Harah! 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 Ich bin da! Ich bin hier drin! Okay. Hm. Da ist irgendein Schalter. Wozu konnten wir das jetzt eigentlich öffnen? Ach so. Ach so. Und wie konnte Farah hier rauskommen? Ach so. Farah! Hä? Dann war das das Tor, was sich gerade geöffnet hat und ich dachte hier wäre noch ein Jebel gewiesen. Dann war das bloß das Tor mit dem Symbol, wa? Ähm... Wo? Ich komme! Fahra! Das wird wohl nicht besser, wenn du rufst. Na? Was habt ihr so lange gemacht? Ich habe nur den Palast bewundert. Hallo. Wir müssen hier weg. Ah! Ah! Sie! Das war's für heute. wo muss das gut vorleihen scheiße Na, noch mehr. Na, noch mehr. 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 Noch mehr.